Oft kann es sein, dass man seinen PC, z.B. wegen eines Kopiervorgangs, noch etwas laufen lassen muss, ihn aber eigentlich schon längst herunterfahren möchte. In diesem Fall bietet uns Windows die Möglichkeit, den PC nach einer bestimmten Zeit automatisch herunterzufahren. Wie sich diese Funktion einrichten lässt, das erfährst du in diesem Tutorial. Drücke dafür auf deine Tastatur einfach Windows-Taste und R zeitgleich, dies öffnet das Ausfüllen-Dialogfenster. Gibst du in dieses nun Shutdown-S-T sowie die Zeit bis zur gewünschten Aktion in Sekunden, z.B. 3600 ein, so wird dein Rechner in genau 1 Stunde herunterfahren. Hast du dich vertan und möchtest das Herunterfahren abbrechen, gib Shutdown-A ein und das automatische Herunterfahren wird beendet. Auch ein Neustart des PCs kann geplant werden, dafür einfach Shutdown-N-T und die entsprechende Zeit an Sekunden angeben. Für die Aktivierung des Ruhezustandes sorgt die Variable "-h". Um alle Möglichkeiten anzuzeigen, öffne über den Ausführendialog die Eingabeaufforderung mittels CMD und gib Shutdown ein. Bevor du nun aber deinem PC herunterfährst, ist es eine gute Idee, z.B. mal auf Tutorialcenter.tv, der Website zum Kanal, als auch unter Windows.Tutorialcenter.tv für weitere Windows-Tutorials vorbeizuschauen. Vielen Dank, Tschüss und bis dahin! Tschüss!